Hallihallo, ich bin am durchführen. Also hier der Bachlauf und dadurch, dass dieser Buchsbaum jetzt da leider den Platz räumen muss. Ich würde ihn stehen lassen, aber ich gehe davon aus, dass mein Bruder sich den noch holt und deswegen, also wenn, dann findet er bestimmt auch einen tollen neuen Platz bei mir und deswegen, aber jetzt erstmal muss er hier weg und deswegen wollte ich ihn noch mal mit auf dem Bild haben, weil er ist ja schön geworden, der hat den Winter gut überstanden. Sondern in dem Sinne, also in diesem Zuge, will ich euch dann noch mal das, was ich gebaut habe, zeigen. Unten ist noch nicht fertig, weil, wie gesagt, da muss ich ja dann für den Auffang, für das Auffangbecken. Dann hier sind noch Steine zum dazwischenstecken, weil ich fand das ganz schön, so jetzt hier so die Steine da, das hat so ein bisschen dann den Break reingebracht und da ist ja, die Fußmatte ist, das hebt alles raus, da kommt jetzt dann der Brunnen rein, mit den Seerosen. Ja und ich habe jetzt das Wasser schon raus gemacht und es ist nicht einfach nur verschwendet, sondern damit mache ich meinen Spachtel sauber. Mit dem Wasser, wo ich diese Behälter ausgeschwenkt habe, weil sie so sehr nach Gummi, nach Plastik gerochen haben. Ja, ich lade das jetzt gleich hoch und dann fange ich hier an, weiterzumachen. Ich fange an, weiterzumachen. Hört sich gut an. Bis gleich!